Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Fußball What The Fuck. Leute, ich muss mich so dermaßen beherrschen, noch nie, noch nie habe ich eine so arrogante Aussage von einem Nationalspieler gehört, wie gestern von Kai Havertz auf der Pressekonferenz. Ich habe diese Pressekonferenz Gott sei Dank nicht gesehen, aber ich habe es auf Kicker gelesen. Junge, was stimmt mit dir nicht? Ernsthaft, die mangelnde Unterstützung der Fans hat dafür gesorgt, dass ihr ausgeschieden seid? Einen Scheiß, einen Scheiß hat das damit zu tun. Ihr habt eure Fans vergrault. Und dazu kommt diese leidige Diskussion um diese Armbinde, dass diese WM in einem Land stattgefunden hat, was mit den Menschenrechten, sagen wir es mal, dezente Probleme hat. Das wusste man von vornherein. Entweder hätte man als DFB die Eier damals gehabt, zu sagen, wir nehmen an diesem Turnier nicht teil und hätte auch die FIFA-Konsequenzen in Kauf genommen. Oder aber man fährt da hin und hält sich an die Regeln. So einfach ist das. Ihr habt euch als Mannschaft einen Scheiß drum gekümmert, ob ihr weiterkommt. Einen Scheiß. Allein bei dieser Doku, ich empfehle sie jedem. Sie mag auf der einen Seite Comedy sein und auf der anderen Seite zeigt sie genau, was da nicht stimmt. Es ist unfassbar, das auf die Fans zu schieben. Ihr habt euch entfernt mit euren Scheiß abgeschotteten Trainings, mit eurem Scheiß, was weiß ich, Gehabe, Friseur täglich reinbringen zu lassen. Ihr seid weg von der Realität. Ihr seid mittlerweile in einer Bubble und ihr seht es noch nicht mal mehr, die mit dem realen Leben null zu tun hat. Jetzt mal, ja, jetzt kann wieder einer kommen und sagen, der alte weiße Mann von früher. Ich kann dir aber eins sagen, früher, so ist es nun mal, sind die Fußballspieler aus dem normalen Leben gekommen. Ich weiß nicht, wann genau sich das so krass geändert hatte, dass das schon kaum mehr in die Schule gegangen wird und nur noch Fußball gespielt wird und die Spieler schon so dann in die Watte gepackt wurden. Aber ein Beckenbauer, ein Gerd Müller, ein Knopka, ein Oberrad, ein Ach weiß der Teufel, wie sie damals alle hießen, die kamen sogar teilweise erst aus einem Lehrberuf und wurden Profi. Und deswegen waren die auch volksnah, weil die einfach mitten aus dem Leben kamen. Ihr seid doch nur noch arrogante Millionäre und ihr wundert euch, dass euch keiner mehr mag. Ja, ihr seid entrückt. Es war mal eine richtig geile Zeit bei der Nationalmannschaft. Anfang der 2000er, wir erinnern uns, war so eine ähnliche Kacke am Dampfen. Und dann wurde richtig gearbeitet. Und dann hat sich eine Mannschaft gebildet und aufgebaut. Gut, 2006, das Sommermärchen, wir erinnern uns. Geil. Denn 2010, die WM in Südafrika, auch wieder Halbfinale. Geil. Und dann 2014, war diese Mannschaft endlich so gewachsen und bereit, um Weltmeister zu werden. Und die waren auch noch relativ nah dran an den Fans. Auch wenn man in der Doku damals beim Sommermärchen gehört hat, wie Oliver Kahn zum Beispiel sagte, nee, uns für den dritten Platz feiern lassen, nee, wir fahren nicht nach Berlin. Er wurde Gott sei Dank überstimmt. Auch das war schon ein sehr arroganter Anhaltspunkt. Aber dann nach dem WM-Titel wurde es beim DFB etwas größenwahnsinnig. Wir erinnern uns, die Mannschaft. Dieses gezwungene, nicht gewachsene Spitzennämelein für unsere Elf. Nur weil zum Beispiel die Brasilianer Celesau heißen. Weil die englische Nationalmannschaft Three Lions heißt. Das sind gewachsene Namen. Das waren keine Marketing-Gags. Das waren, das sind gewachsene Namen. Aber es geht mir wirklich jetzt darum, dass Kai Havertz die Schuld auf die Fans schiebt. Ihr müsst endlich wieder dazu rankommen an die Fans. Ihr müsst doch die Fans begleiten. Bei meinem Heimatverein, so will ich es nennen, 1. FC Köln, bin ich auch dafür, dass von Anfang bis Ende, egal wie das Spiel ausgeht, supported wird. Von Anfang bis zum Ende. Und Zuschauer, die vor Abpfiff gehen, sind für mich Luschen. Sind für mich keine Fußballfans. Also, das hat damit nichts zu tun. Aber es fehlt jeglicher, jeglicher Bezug zu euch. Wer seid ihr? Manche von euch kotzt es schon an, wenn kleine Jungs mit dem Trikot kommen und ihr Autogramme geben sollt. Das ist so was noch von abartig. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es nervig ist nach dem Training, wenn man richtig gepusht ist, auch noch das hundertste Selfie zu machen. Alter, das ist dein Job, euer Job. Wisst ihr, was Leute für eine Arbeit machen, die sie auch ankotzt, weil es wirklich Arbeit ist, wo man teilweise kotzen könnte für einen Hungerlohn? Das seht ihr schon gar nicht mehr. Junge, guck mal auf deinen Kontostand. Rechne das mal auf ein Monatsgehalt oder rechne es mal auf die Woche. Und dann seid ihr euch noch zu fein, den Leuten mal, ich sag mal, eine kleine Flucht zu geben am Trainingsplatz von der Realität. Aus dem Alltag. Ihr seid nicht mehr dafür, für die Fußballfans. Das ist euer Problem. Man kann sich mit euch nicht mehr identifizieren. Man kann sich mit euch nicht mehr identifizieren. Das ist euer Problem. Und dann zu behaupten, es läge an den Fans, dass ihr in einem Turnier nicht weiterkommt. Boah, Junge. Du bist... Ich sag's jetzt nicht. Also, schnür dir deine Fußballschuhe und reiß dir den Arsch auf für dein Land. Denn du spielst nicht für Chelsea, du spielst nicht für London, sondern sobald du das Trikot mit dem Adler auf der Brust ansiehst, spielst du für dein Land. Und das wollen die Leute sehen. Verstehst du? Wenn nicht, ruf mich an. Wir können gerne einen Livestream machen. Aber wette, dass dieses Video noch nicht mal zu dir rankommt, beziehungsweise selbst wenn es zu dir rankommt, würde du sagen, was sitzt der alte Mann da und kackt rum? Du hättest doch nicht mal die Eier in den Livestream zu kommen. Meine Meinung. Und jetzt... Nein, ich werde mir das Spiel gegen Japan nicht angucken. Ja, das Spiel gegen Frankreich werde ich mir angucken. Aber nicht wegen euch.